Und dann zu dieser, ja, einfach mal auf Sofa setzen Session, bisschen Lage sortieren beim VfB, weil normalerweise wären Stichpunkte dran, aber ich habe zu viele Punkte hier vor mir stehen auf dem Laptop, das würde der Stichpunkt Ding eh sprengen, dazu auch das, der Stift ist eh bald alle für diese nette Tafel da. Deswegen gehen wir hier ein paar Stichpunkte durch, ein paar schnellere und dann am Ende noch ein, zwei längere, einfach wirklich eine Gesamtsituation betrachten, die wir hier gerade haben. Wir fangen an, Schalke Sieg und VAR, weil das war am Freitag, das hat mich zumindest als Fan auch voll beeinflusst, auch mehr beeinflusst, als es hätte sein sollen wahrscheinlich vor dem Spiel am Samstag gegen die Hertha dann. Die Spieler scheinbar auch so ein bisschen Klang, glaube ich, aus Aussagen raus nach dem Spiel, wieder so ein Ding, ich habe ja Tweets abgesetzt, die zum Großteil Zuspruch bekommen haben, natürlich auch viele Gegenspruch von Schalke-Fans zum Beispiel, ist das völlig okay. Also als Schalke-Fan will ich den Elfmeter haben in der Situation, für mich bin ich bei der Aussage von Svensson, der gesagt hat, im Abstiegskampf, also als Klubs im Abstiegskampf aktuell würde ich mich schon ziemlich aufregen, dass dieser Elfer gepfiffen wurde. Den kann man pfeifen, der Mainzer stellt sich komplett dämlich an, alleine wegen Dummheit kannst du ihm pfeifen. Mein Problem ist halt, beide ziehen, Pülter kommt im Leben nicht hin, Problem ist halt da wahrscheinlich eher wieder Regelwerk als alles andere, weil es ist scheinbar egal, dass er halt nicht hinkommt. Aber es ist halt so ein Elfmeter, ein Kann-Elfmeter, den du geben kannst und dann eben mit der Geschichte der Woche, mit Mittwochabend, wo sich bei uns der Schiri hinstellt und sagt, in so einer Situation will ich das Spiel so nicht entscheiden, in der, keine Ahnung, 94. oder sowas, entscheidet das Spiel nicht, gibt uns den Elfmeter nicht, auch ein Kann-Elfmeter und am Freitag stellt sich in so einem wichtigen Abstiegskampfspiel der Schiri hin und sagt, ich bin der Chef auf dem Platz und ich gebe diesen Elfmeter und ich entscheide das Spiel eben genau so. Das sind halt die zwei verschiedenen Welten und das kann uns als VfB-Fans einfach keinen Spaß mehr machen mittlerweile. Nächster Punkt, geiler Support, weil wieder auch Mittwoch, nochmal hervorgehoben, das war komplett krank. Auch in Berlin, Top-Support, ausverkauft das Ding, schöne Stimmung gemacht, habe ich ja mitbekommen im Fernsehen, auch später auf Clips, auf Social Media, einfach, einfach geil. Und dann kommen wir halt zum Spiel und Unterpunkt, Verein für Belebungen, eigentlich ja für Wiederbelebungen, aber ich will ja das VfB-Ding haben als Abkürzung. Schalke und Hertha, Schalke und Hertha waren beide tot, die waren beide, Mäuse tot waren die. Wir kommen aus dem 3-0 gegen Köln und verlieren dann auf Schalke aufgrund einer lachhaften Leistung, vor allem in Halbzeit 1. Wir kommen aus einer guten Phase eigentlich und verlieren in Berlin aufgrund, ja generell einfach zu wenig Leistung. Und wir holen beide zurück ins Leben, klar Schalke noch mehr, die geben noch mehr Gas, Hertha immer noch ein bisschen unter uns eben einfach, aber nennen wir einen anderen Verein, der sich so dumm anstellt, gut, also generell über letzten Saisons gesehen, vielleicht kann es gerade Gladbach nennen, kann es gerade Frankfurt nennen, aber generell gesehen, nennen uns einen Verein, der noch lieber andere Vereine wiederbelebt. Das ist unglaublich und das eben auch mit, nächster Unterpunkt, einfachste Mittel. Mit den einfachsten Mitteln auf dieser scheiß Welt haben die uns geschlagen, wirklich. Es reicht halt, wir hatten 70% Ballbesitzer, das heißt, die Hertha hatte 30, wir hatten auch mehr Chancen, in Anführungszeichen, auf unserer Seite am Ende des Tages, aber es reicht halt, sich gegen uns hinten reinzustellen, zu arbeiten, vor allem zu laufen, da hat uns die Hertha komplett im Rang abgelaufen, ich glaube 6-7 Kilometer mehr gelaufen als wir und zu beißen und zu kämpfen, das reicht. Das reicht. Dann finden wir keine Lösungen, dann haben sie vielleicht auch keinen Bock, dann arbeiten sie sich am Gegner ab und merken irgendwann, die finden keine Lösungen, sind genervt, irgendwie aktiv im Spiel, das reicht einfach. Und das ist so dermaßen schlecht, das ist so dermaßen schlecht und so dermaßen zu wenig, gerade in so direkten Duellen, das ist halt komplett billig, da so zu verlieren. Und der nächste Punkt, Überzeugung fehlt. Oder Überzeugung hat gefehlt. Das war so ein bisschen die Aussage von Sosa. Aber auch da will ich jetzt nicht tiefer drauf gehen, weil Aussagen sind Aussagen nach dem Spiel, ist halt so, auch Pressekonferenzen oder so sind Pressekonferenzen. Hoffentlich gehen sie es intern anders an. Aber wenn du nach so einem Spiel wieder rausgehst und wieder sagen kannst, die Überzeugung hat gefehlt, dann ist da halt einfach grundsätzlich was komplett falsch bei diesen Jungs. Also wie gesagt, unter Hoeneß gerade echt eine gute Phase, unter Labbadia habe ich einen großen Rant gemacht, mit Spielern in der Pflicht sind sie weiterhin. Wenn Hoeneß das hier schafft, ist ein halbes Weltwunder, ist absoluter König, wenn Hoeneß das schafft, uns dann noch rauszuretten am Ende des Tages, aus der Ausgangslage, die wir hatten, bevor er gekommen ist. Und es ist ja wirklich immer das Gleiche. Auch hier nächster Punkt, die trägt überein alle Jahre wieder. Alle Jahre wieder. Letzte Saison, da war ich im Stadion ja auch in Hertha. 2-0 verloren. 2-0 verloren. Auch 31. Spieltag, auch Tiefpunkt. Es ist jedes Jahr aufs Neue die gleiche Scheiße in Berlin. Auch da muss man sagen, war schon schlimmer, weil letztes Jahr fand ich es noch schlechteres Spiel. Da waren wir noch, was heißt chancenloser, aber noch wirkungsloser in Berlin. In dieser Saison war es ja okay. War okay die Leistung irgendwo? Natürlich zu wenig, weil du darfst nicht verlieren, egal wie. Aber wir hätten da auch irgendwie einen Ausgleich noch machen können. Da hätten vielleicht alle gesagt, ja, war vielleicht doch okayer. Oder einen Punkt nimmt man dann mal mit zur Not. Also letztes Jahr fand ich es noch krachender in Berlin als dieses Jahr. Natürlich war es kacke. Und auch hier das Problem. Letztes Jahr Maderazo. Seitdem haben wir auch Wimmer, Labbadia, Hoeneß. Trainer unabhängig. Wir liefern in so Spielen komplett zu wenig ab. Komplett dumm ab. Sind nicht da. Und das komplett trainerunabhängig. Wir haben die Frage in den Raum gestellt, ob sie in der Hinsicht untrainierbar sind, die Jungs. Ob sie in der Hinsicht, in solchen Spielen, zum Beispiel jetzt eben in Berlin, zwei Jahre am Stück, genau die gleiche Scheiße, genau zum selben Zeitpunkt. Trainerunabhängig sind die scheinbar komplett zu blöd dafür. Also wirklich komplett zu blöd dafür. Dann nächster Punkt, dass so ein bisschen was, eins der Negativdinge unter Hoeneß, Gegentore. Wie gesagt, es läuft besser. Ich bin Hoeneß jetzt schon dankbar, was er hier leistet. Aber Gegentore sind halt ein Problem. Du hast trotzdem in den letzten sieben Spielen elf Tore gefangen, so rum. Dann musst du halt sagen, in Nürnberg hast du keins gefangen. Es zählt auch rein in die sieben Spiele. Und sonst Dortmund drei, selbst in Bochum zwei, jetzt wieder zwei kassiert. Du kriegst halt trotzdem immer noch und immer noch und immer noch deine Gegentore. Und das ist halt einfach ein Problem. Noch größeres Problem. Das ist eine Statistik, die ich schon fast verdrängt habe. Die kam schon mal hoch. Letzte Saison kam sie bestimmt auch schon mal hoch. Die ich komplett verdrängt habe. Wir haben jetzt, das ist die Überschrift, zwei Jahre und keine zwei Siege. Das letzte Mal, dass wir in der Bundesliga, klar, wir hatten jetzt zum Beispiel Pokal und danach Bochum, aber in der Bundesliga, zwei Siege am Stück gefeiert haben, war im Kalenderjahr 2021 Spieltage 32 und 33 Augsburg und Gladbach. Das ist komplett geisteskrank. Und es ist auch wirklich, dann braucht es sich auch überhaupt nicht mehr zu wundern. Tut es eh keinen, ne? Aber dann braucht es sich noch weniger zu wundern, dass du jedes Jahr aufs Neue da unten stehst. Zwei Jahre lang schaffst du es nicht, zwei Siege am Stück zu wundern in der Bundesliga. Das ist, auch das wieder, Trainer unabhängig, ne? Zwei Heimspiele ist der nächste Unterpunkt, wo wir schon bei den ganzen Punkten mit zwei sind, weil die müssen im besten Fall gewonnen werden, ne? Hoffenheim ist sowieso die absolute Pflicht. So was Hoffenheim zu schlagen ist, die absolute Pflicht. Und da wir ja, auch das geht wieder überein, keine zwei Siege am Stück haben und die Wahrscheinlichkeit bei uns immer höher ist, dass wir vielleicht zu Hause was holen als auswärts, wäre das genau der Ablauf natürlich im besten Fall. Zu Hause Sieg gegen Leverkusen, wie auch immer. Kann sich ja irgendwie Hoffnung machen, kommen wir gleich dazu. Sieg gegen Leverkusen, dann wieder eben der Stolperer in Mainz, sei es eine Niederlage, sei es ein Unschied, eben kein Sieg, weil wir schaffen ja keine zwei Siege am Stück. Und dann wieder Sieg gegen Hoffenheim. Weil wenn du jetzt gegen Leverkusen verlierst zum Beispiel, rein statistisch gedacht jetzt, ne? In den letzten Jahren, zwei Jahre keine zwei Siege am Stück. Und jetzt verlierst gegen Leverkusen und dann gegen Mainz gewinnst, rein rechnerisch, rein statistisch in den letzten Jahren gewinnst du gegen Hoffenheim nicht, weil du gewinnst keine zwei Siege am Stück. Der beste Ablauf wäre jetzt Sieg Leverkusen, dann mal gucken, egal was sie machen in Mainz, gewinnen tun wir ja nicht nach der Statistik. Und dann eben gegen Hoffenheim gewinnen. Sind wir auch schon weiter beim Thema, nämlich bei Statistikproblemen. Und dann muss man auch ganz klar sagen, letzter Heimsieg gegen Leverkusen war 2010. Letzter Sieg in Mainz war gut 2020, glaube ich, 21. Aber das war halt ohne Zuschauer. Also auch da letzter Sieg, also nicht in den normalen Verhältnissen, sage ich einfach mal, ohne den Sieg abwerten zu wollen. Letzter Sieg gegen Mainz vor Zuschauern, hier der Zusatz, war 2005. Das haben wir mal in den Raum gestellt. 2010 und 2005. Einfach mal in den Raum gestellt, bevor wir gleich zu Hoffnung machen, zu Abhängigkeit, zu ein bisschen Tabellenrechner kommen. Die Sonntagsspiele, die werden ein großes Ding. Die Sonntagsspiele. Am Spieltag 32, also der nächste, spielen alle Abstiegskandidaten vor uns. Wir am Sonntag gegen Leverkusen dann. Köln-Hertha schon am Freitag. Bayern Schalke, Wolfsburg-Hoffenheim, Bochum-Augsburg. Alles vor uns. Am Spieltag 33 spielen auch, ich sage mal, alle Relevanten vor uns. Ich lasse da mal Augsburg raus, weil klar, die sind auch noch offiziell mit drin. Aber der Sieg Union war schon sehr, sehr wichtig. Und danach eben noch, also wir haben Sonntagsspiele wieder 15.30 Uhr in Mainz. Danach noch Augsburg gegen Dortmund. Aber auch davor wieder Hoffenheim-Union, Hertha-Bochum, Schalke-Frankfurt. Alles davor. Das kann natürlich Vorteil sein, wie letztes Jahr, als wir nach München gefahren sind, nach einem guten Feeling von, boah, jetzt hier einen Punkt holen, dann geht noch was. Weil Hertha hat verloren gegen Mainz am Samstagabend. Oder halt, ne, alle Punkten vor uns. Und wir merken, ja super, wir müssen hier gewinnen. Sonst geht hier gar nichts mehr. Also es kann zwischen Vorteil und Nachteil laufen, diese ganzen Sonntagsspiele. Letzter Spieltag ja wieder alle dann parallel. Richtigerweise wäre auch geil, wenn es am vorletzten Spieltag noch so wäre. Aber ist ja seit letzter Saison dann nicht mehr. Und das wieder der letzte Punkt, bevor wir zu den längeren Punkten kommen. Wieder letzter Spieltag. Weil in jeglichen Rechnungen, sind wir mal ganz ehrlich, in jeglichen Rechnungen, Tabellenrechnern, rechnen wir aktuell absolut immer mit einem Sieg gegen Hoffenheim am letzten Spieltag. Immer. Den rechnen wir uns ein. Logischerweise, weil der muss auch, ist ein Pflichtsieg. Aber können wir uns darauf verlassen? Jetzt mal so ganz negativ in den Raum gestellt. Können wir uns darauf verlassen? Können wir uns darauf verlassen, dass wir das Glück noch haben oder den Fußballgott noch auf unserer Seite haben, dass das diese Saison wieder genau so läuft? Letzte Saison. Weil so läuft es ja auch, wie gesagt, gleich Tabellenrechner und sowas. Darauf läuft es ja fast hinaus. Auf wieder so eine Art Legendo-Spiel. Auf so einen VfB Köln wieder. Nur halt diesmal VfB Hoffenheim. Dass du den letzten Spieltag wieder gewinnen musst. Und das, wenn du wieder dramatisch dich drin halten kannst. Können wir uns darauf verlassen? Passiert das nochmal? Haben wir diesen Fußballgott nochmal auf unserer Seite? Alles, ja, alles schwierige Fragen. So, kurzer Kamera-Restrat meinerseits. Einerseits kommen wir zu den längeren Punkten. Punkt 1. Die Abhängigkeit. Wir sind, klar, wir sind auf 16. Und alle sagen immer schon, wir haben selbst in der Hand, ja, super selbst in der Hand, Leverkusen, Mainz zu schlagen und dann noch Hoffenheim. Wir sind, meiner Meinung nach, trotzdem natürlich vollkommen auch davon abhängig, was die Gegner machen. Ist ja ganz klar, Restprogramm der Gegner oder der Konkurrenz, davon sind wir mit abhängig, mal mindestens. Lass, wie gesagt, auch da mal Augsburg nach außen vor. Auch wenn die noch nicht ganz, ganz, ganz weg sind, fangen wir an mit der TSG Hoffenheim. Es ist ein Hoch und Runter bei denen aktuell. Jetzt schlagen sie halt bei Frankfurt, wo man halt sagen muss, dass Frankfurt halt auch komplette Gülle ist. Kompletter Schwachsinn ist in der Bundesliga aktuell keine Hilfe für niemanden. Wolfsburg auswärts haben sie noch, Union zu Hause und uns eben auswärts. Wolfsburg-Union ist eben, ist offen. Ich dachte auch, dass Union bei Augsburg gewinnt, machen sie halt nicht, verlieren sie halt da. Das heißt, vielleicht ist auch da was drin. Normalerweise ist das für mich wieder so ein ekliges 0-1 für Union. Aber wer weiß das schon mittlerweile. Wolfsburg auswärts auch, also normalerweise ist der Wolfsburg zu Hause ja doch eher stärker, habe ich zumindest so im Kopf, aber jetzt auch 3-0-Sieg gegen Mainz zu Hause. 6-0 in Dortmund, das hat ein völliges Hoch und Runter bei den Kollegen. Und dann bei uns sollten sie natürlich hoffentlich verlieren, das ist ja auch ganz klar. Das heißt, die holen sich sicher noch irgendwie den einen oder anderen Punkt. Also ich glaube kaum, dass Hoffenheim noch ohne Punkte rausläuft. Ich glaube, vielleicht gegen Union noch einen Punkt. Natürlich auch nicht ganz einfach das Restprogramm. Aber auch so, die haben ja gerade schon 32. Das heißt, die haben nach meinem Gedanken vielleicht 33, vielleicht auch ein bisschen mehr. Das sind schon mal mehr Punkte, als wir aktuell haben. Das ist ja auch ganz klar. Mehr Punkte, als wir haben würden, selbst wenn wir Hoffenheim besiegen. Darauf kommt sie am Ende auch vor allem raus. Schalke 04, Last-Minute-Siege. Eine tolle Rückrunde, mega Fansupport, alles geil. Auch da nochmal gesagt, für den gesamten Abstiegskampf gesagt, wenn Schalke drin bleibt, bin ich glücklich. Geiler Verein, geile Fans gehören hierhin. Wie die die Stadien einnehmen, das ist unfassbar aktuell. Auch die Heimschule natürlich. Wir gehören auch 100% rein mit den Fans und alles. Und großer Verein, Treizungsverein, alles geil. Selbst die Hertha hätte nichts dagegen, wenn sie drinbleiben. Der Einzige, wo ich sage, wäre mir scheißegal, als Hoffenheim und wäre mir weniger egal, also immer noch höher als Hoffenheim gerankt, aber wäre mir auch weniger egal, als bei den anderen, wäre Augsburg noch. Oder Bochum auch noch dazu, auch ein cooler Verein, aber wäre mir auch weniger wichtig, als Schalke oder sowas zum Beispiel, als in der Bundesliga bleiben, um das mal noch kurz mit reinzunehmen. Aber es sind eben die Konkurrenten, deswegen müssen wir denen natürlich auch Niederlagen und so Geschichten wünschen. Das ist ja auch ganz klar. Bayern auswärts, Frankfurt zu Hause, Leipzig auswärts. Normalerweise, Betonung auf normalerweise, ist das halt ein Bayern-Sieg und ein Leipzig-Sieg. Normalerweise, hoffen wir mal da drauf, die Bayern ja auch überhaupt nicht wirklich gut in Form aktuell. Da habe ich mehr Hoffnung in Leipzig tatsächlich in den Heimspielen, wir sind ja auch heimstarke Leipziger. Problem ist halt, eben schon angesprochen, klingt natürlich doof, weil wir gegen die rausgeflogen sind im Pokal, aber Pokal, das schreibt die eigenen Gesetze. Frankfurt ist ja halt ein kompletter Witz. Frankfurt ist ein Witz, die Saison ist vorbei normalerweise bei denen. Die werden alles tun, dass sie das Pokalvon halt noch irgendwie gewinnen, damit sie Europa League noch irgendwie doch retten. Das heißt, die Schalke kann Frankfurt zu 100 Prozent zu Hause schlagen. Die einzige Hoffnung hier ist, dass da, glaube ich, gerade die gesamte Fußballwelt davon ausgeht, dass die Schalke zu Hause schlagen. Vielleicht hat sich da mal ein bisschen unerwartet viel Druck oder viel Erwartungshaltung auf den Schalkern. Wir müssen uns ja wieder Sachen hier rausziehen gerade. Deswegen, aber trotzdem, ich gehe davon aus, dass die Frankfurt zu Hause schlagen, im Normalfall. Die sind auf mindestens 33 Punkten. Die sind auf mindestens 33 Punkten. Das sind fünf mehr als wir. Das sind fünf mehr als wir. Gut, klar, wenn wir punktgleich wären, wären wir vorhin wegen Torverhältnissen, aber das sind fünf Punkte mehr als wir. Schalke könnte sich da, nach meinen Rechnungen, wie es ja auch gleich weitergehen wird, gefühlt retten mit diesem Sieg gegen Frankfurt zu Hause. Machen wir weiter mit Bochum. Unerwartet verloren jetzt in Gladbach. Unser Hauptkonkurrent um Platz 16. Aktuell, muss man ganz klar sagen, Augsburg zu Hause, Hertha auswärts, Leverkusen zu Hause. Die haben es damit wirklich auch schon sehr, sehr in der eigenen Hand. Gerade das Spiel gegen Augsburg zu Hause habe ich ein bisschen Angst vor. Bei Augsburg jetzt gewonnen gegen Union. Mehr oder minder durchnehmen sie ja schon gar nicht mehr richtig mit rein in die Rechnung, weil, dass Augsburg noch richtig mit reinrutscht, da müsste ja wirklich auf einmal richtig viele da unten noch gewinnen. Nicht nur punkten, sondern auch gewinnen in den letzten drei Spielen. Das heißt, da habe ich schon durchaus Angst, dass der Augsburg so ein bisschen abschenkt. Oder was halt abschenkt, aber das Potenzial ist immer jetzt da, dass Bochum dieses Spiel zu Hause gegen Augsburg gewinnt, auch wenn es da gerade schlechter läuft bei der Bochum. Dann bei der Hertha. Alles drin. Da ist wirklich alles drin. Von Bochums Sieg, Unschieden, Hertha-Sieg. Da ist komplett alles drin in diesem Spiel für mich. Aber natürlich eher der Vorteil für die Hertha, weil es ist Heimspiel. Und dann mal sehen, wie es bei Leverkusen aussieht. Wie es in Euroleague aussieht. Ob es in der Liga nochmal Gas geben müssen. Auswärts in Bochum. Mal gucken. Und wenn ich dann gleich zum VfB komme, werden wir merken, Bochum darf eigentlich auch nicht wirklich viel mehr als diesen einen Sieg noch holen. Für meine Rechnungen aktuell. Weil mit diesem Sieg gegen Augsburg, den ich jetzt einfach mal gebe, sind die auch schon auf mindestens 31 Punkten. Hertha BSC, bevor wir zu uns kommen, haben uns geschlagen. Klar, trotzdem noch ein bisschen abgeschlagen. Schleckeres Torverhältnis. Ist alles noch vorhanden. Köln auswärts, Bochum zu Hause, Wolfsburg auswärts. Köln gibt hoffentlich Gas. Die haben sich jetzt auch gerettet. In Leverkusen nochmal ein anderes Ding und eine andere Schärfe drin in so einem Spiel. Wie gegen Hertha vielleicht. Bisschen bange ist mir da schon. Aber ich glaube irgendwie nicht ganz dran, dass die Hertha in Köln gewinnt. Und da ist natürlich bei jeglichen Sachen, was ich in den Tipp-Videos immer mache, auf Statistiken zu schauen, auf Wahrscheinlichkeiten zu schauen, auf Bilanzen zu schauen. Gegen Bochum sehe ich aber den Sieg. Gegen Bochum sehe ich den Sieg für die Hertha. Und dann muss ich gucken mit Wolfsburg. Auch wieder hoch und runter. Aber normalerweise ist es eher besser. Sieg ist da zumindest recht unwahrscheinlich, würde ich mal behaupten. In Wolfsburg für die Hertha. Also die beiden Auswärtsspiele eher unwahrscheinlich. Dass die Hertha da wirklich gewinnt. Gegen Bochum sehe ich es absolut als möglich und als drinnen an. Damit aber, wenn es nur bei dem Bochum-Sieg bleiben würde, ist die Hertha halt auch bei 28. Also war wichtig gegen uns. Ist auch noch alles drin. Lass die mal doch hier vier Spiele, vier Siege machen, wie es Dardai wollte oder angesagt hat. Dann haben wir hier richtig Probleme. Aber Hertha ist trotzdem durchaus noch ziemlich abgeschlagen. Kommen wir jetzt mal zu uns. Wir gerade in einer guten Phase eigentlich unter Hoeneß. Wie gesagt, ungeschlagene Liga gewesen. Pokal auch gute Leistung gewesen. War jetzt kein Dämpfer oder sowas. Und jetzt der Tiefschlag in Berlin. Platz 16. Aktuell wieder Leverkusen zu Hause. Mainz auswärts. Hoffenheim zu Hause. Hoffenheim, angesprochen schon, ist die absolute Pflicht. Dann sind wir bei 31 Punkten. 31 Punkte. Und wenn Bochum dann eben mehr holt, als diesen einen Sieg. Zum Beispiel auch, keine Ahnung, bei der Hertha gewinnt. Oder wenn die Hertha auf einmal voll durchzieht. Dann brauchen wir mehr. Dann brauchen wir mehr als nur diesen Sieg gegen Hoffenheim. Das wird dann nicht reichen für 16 oder irgendwas. Dann sind wir wieder auf 17. Die Gefahr ist gerade absolut da, dass wir wieder komplett runterrutschen auf die 17. Rein vom Restprogramm. Nicht, weil ich jetzt irgendwie glaube, dass wir jetzt komplett abschenken. Oder dass das jetzt komplett das Schlimmste der Welt war. Dass wir es da verloren haben für die Restsaison gesehen. Ich habe immer noch Hoffnung in Hoeneß. Und glaube daran. Und glaube an die Mannschaft grundsätzlich. Und das macht mich aber trotzdem eben bange. Da sind ein paar Spiele dabei. Auf die wir eben komplett, komplett, komplett geiern müssen. Auf die wir komplett geiern müssen. Natürlich kann jeder in jedem Spiel was holen. Der Rest wird natürlich auch genauso drauf gucken und sagen. Gut, Leverkusen gewinnt hoffentlich in Stuttgart. Mal gucken, was Mainz macht. Und dann Hoffenheim. Boah, wird eng für Stuttgart. Oder wird eng für Hoffenheim in Stuttgart. Da werden sehr viele darauf geiern, dass wir gegen Leverkusen verlieren. Was ja der Normalfall wäre. Ist ja auch ganz logisch. Das mal außerhalb Perspektive von der Konkurrenz quasi zu sehen. Wir müssen komplett geiern auf Köln gegen Hertha. Wir müssen komplett geiern auf Bochum gegen Augsburg. Komplett auf Schalke Frankfurt. Hertha Bochum. Und eben auf unser eigenes Spiel vor allem VfB Hoffenheim. Das sind vor allem die Spiele, wo richtig was drin ist. Wo richtig Punkte drin sind. Für die jeweiligen Konkurrenten. Oder jeweiligen Abstiegskampfmannschaften halt einfach. Das wird komplett abartig. Also jetzt sehe ich auch nichts Neues. Es war klar, dass es hier eng wird. Aber es wird komplett abartig. Wir haben uns einen Bärendienst erwiesen, in Berlin zu verlieren. Und wirklich, dümmer geht es nicht mehr. Dümmerer Zeitpunkt gibt es nicht mehr. Unfassbar. Natürlich zumindest Regulation noch in der eigenen Hand. Wir sind gerade auf 16, haben den Torverhältnis Vorteil. Heißt, der Rest müsste eben uns überholen, damit wir wieder auf 17 fallen. Also 16 haben wir in der eigenen Hand. Klassenhalt ist wieder ein anderes Ding. Da sind Schalke jetzt zwei Punkte vor uns. Klar, Torverhältnis wäre besser. Aber zwei Punkte vor uns sind zwei Punkte vor uns. Und eben dieses Frankfurt-Spiel. Aber wie gesagt, relativ egal, wie ich es mir gerade ausmale, wie ich den Tabellenrechner mir gerade baue. Es sind immer eine Art von Punktgleich. Immer eine Art von Ein-Punkt-Unterschied. Irgendwo ein Bereich von Platz 15, Platz 17 trennen zwei Punkte, trennen vielleicht ein Punkt. Das ist unfassbar. Unfassbar. Mein aktueller Tabellenrechner, muss ich leider sagen, bringt uns halt immer auf Relegation. Immer auf Relegation, mal mit einem Punkt vor Bochum, mal eben Punkt. Also wenn ich mir jetzt einen Punkt gegen Mainz oder gegen Leverkusen noch einrechne, einen Punkt vor Bochum, mal Punktgleich. Wenn eben Bochum den Ein-Sie gegen Augsburg holt und wir diesen Ein-Sie gegen Hoffenheim holen nur. Wenn Schalke Frankfurt schlägt, dann sind sie eben auch weg. Wir müssen dann wirklich gegen Leverkusen und Mainz punkten. Und das ist, boah, das ist brutal. Das ist wirklich brutal. Das ist wirklich brutal. Möglich ist es natürlich. Die Überraschung ist auch da möglich. Warum soll uns die Überraschung nicht möglich sein? Schalke gewinnt auch in Mainz. Warum soll uns das auch nicht möglich sein? Aber mir ist schon durchaus, wenn man sich alles anguckt, glaube ich auch berechtigt, durchaus bange. Kommen wir jetzt zum letzten Punkt, nämlich Motivation herbeireden. Habe ich es mal genannt. Wir haben genug Negativität gehabt. Vielleicht auch genug Realität gehabt. Zeige ich einfach mal. Schauen wir mal auf Positiveres. Weil jetzt kommen ein paar Phrasen, ein paar Ideen, ein bisschen Motivation einfach hier ranholen, herbeireden. Muss in so einem Video dazugehören. Ist ja ganz klar. Also ich kann jetzt nicht hier hocken und sagen, mir ist es bange und dann Outro und gut morgen. Bis zum nächsten Video. Wir müssen die Motivation ja trotzdem hoch behalten. Wir waren schon mal tot unter Labbadia auf Platz 18. Unter Höhener sind wir definitiv wieder am Leben. Wir hatten viele Tiefpunkte, weniger Höhepunkte, aber auch davon ein paar. Die Saison ist zum Haare raufen. Aber auch das nochmal. Wir Fans waren immer da. Mit ein paar kleinen Ausnahmen nach Wolfsburg. Pfiffe hier, Pfiffe. Die waren ja alle berechtigt. Aber grundsätzlich waren wir immer da. Und jetzt sind es nur noch drei Spiele. So, die kriegen wir auch noch hin. Die schaffen wir auch noch. Von mir aus auch fünf, wenn es eine Revalidation sein müsste. Auch die schaffen wir noch als Fans. Uns noch mal reinzupushen für die Mannschaft. Letztes Jahr war der Tiefpunkt gegen die Hertha. Auch am 31. Spieltag, wie gesagt. Danach übrigens, ne? Drei Spiele ungeschlagen. Klar, das Wolfsburg-Ding war nicht schön damals. Das 1-1. In München war wichtig und unerwartet. Und dann im Wahnsinn gegen Köln. Wir hatten diesen Tiefschlag in Berlin. Danach waren wir drei Spiele ungeschlagen. Wenn wir jetzt drei Spiele ungeschlagen bleiben, heißt Unschied in Leverkusen, Unschied in Mainz, Sieg Hoffenheim, ist die Chance doch wieder drin, dass wir vielleicht den Klassenerhalt direkt schaffen. Auch das noch mal gesagt. Und gerade auch jetzt, die Spieler brauchen uns jetzt. Jetzt brauchen die Spieler uns. Und noch viel mehr, glaube ich, auch brauchen wir uns. Wir brauchen uns als Fans. Ich glaube, die Stimmung und die Hoffnung vor allem ist natürlich noch eine ganz, ganz andere. Wenn du da am Sonntag im Stadion stehst und einen Lärmpegel hast, eine wahnsinnige Stimmung hast. Natürlich wird es das nicht Frankfurt erreichen. Es wird kein Köln erreichen, kein Dortmund erreichen. Aber zumindest einen absoluten Pegel an krasser Stimmung hast. Dann wird auch jeder Fan immer denken, boah, hier ist richtig Hitze drin. Ey, komm, heute geht was. Komm, alle gemeinsam. Das ist auch ganz klar. Also auch wir Fans brauchen uns gegenseitig. Jetzt Leverkusen, kommen wir zu dem Spiel direkt. Zwischen Euroleague-Halbfinale und Euroleague-Halbfinale. Jetzt gegen Köln außen nichts verloren. Vielleicht erwischen wir die gerade in der richtigen Situation, wie man so schön sagt. Danach, wir wissen alle, nach diesem Hertha-Spiel, auf Quatschleistungen folgen beim VfB normalerweise bessere Leistungen. Das ist der absolute Klassiker. Wir haben es gegen den Bayern war es eine ordentlichere Leistung, nach dem Schalke-Spiel zum Beispiel auch. Natürlich ohne Punkte, das ist eben das andere Ding. Wir werden aber gegen Leverkusen, glaube ich, zu 100 Prozent oder einen anderen VfB sehen, einen besseren VfB sehen. Ob das dann reicht, ist dann die Frage. Leverkusen auch ein Verein, der eben Fußball spielt. Das ist ein anderes Spiel als bei der Hertha. Leverkusen will Fußball spielen, ganz simpel gesagt. Leverkusen liegt uns damit auch mehr. Die liegen uns mehr. Beispiel auch Dortmund. Da konnten wir auch noch was machen, weil die eben Fußball gespielt haben, weil es uns mehr liegt, da eben mitzuspielen, auf Konter zu spielen. Leverkusen geht es auch noch um was. Das kann alles helfen. Da können wir mithalten. Die Frage ist eben, ob sich das alles ummünzen lässt in Punkte am Ende des Tages. Es ist wieder so ein Ding, das ich vielleicht auch ein bisschen exklusiv habe für mich, aber so ein bisschen Spirit, ein bisschen gutes Omen, ein bisschen Aberglaube, ein bisschen da liegt was in der Luft für Sonntag, weil genau am Sonntag, diesem 14. Mai, jährt sich unser Legendo-Spiel. Es jährt sich das 2-1 gegen Köln, letztes Spieltag, der absolute Vollwahnsinn. Vollwahnsinn, er jährt sich. Und das macht mir so irgendwie unterbewusst ein bisschen Hoffnung, vielleicht den Spielern auch, oder gibt ihr ein gutes Gefühl mit. Wie gesagt, vielleicht habe ich das exklusiv für mich, vielleicht sagen auch genug Leute, was für ein Aberglauben, Aberglauben, Quatsch, was soll denn das? Warum denkt man überhaupt auf so was? Aber an sowas denke ich halt, an sowas habe ich irgendwie ein bisschen unterbewusst, was in mir drin. Danach auch Mainz, wie gesagt, Schalke hat die auch geschlagen. Mainz gerade auch in einer eher schwächeren Phase, jetzt hat die Bayern geschlagen gehabt, und danach aber auch Wolfsburg verloren, gegen Schalke verloren, ein bisschen auch Mannschaft nicht so abgeliefert, man würde ein Zeichen setzen, gegen Schalke hat nicht funktioniert, auch spielerisch ein bisschen schwächer als davor, wer weiß. Und danach, Hoffenheim ist eh absolute Pflicht. Hoffenheim ist Pflicht, und auch da wieder, wie vorhin angesprochen, letzter Spieltag, der Wahnsinn, wie letzte Saison wäre es wieder, gegen den Ex-Trenner noch, am letzten Spieltag, es geht komplett um alles. Auch da würde wieder, würde wieder komplette Legendo und letzte Saison Parallele in der Luft liegen, aber 100% und dann würde wieder alles zum, ja, wieder komplett eines zum anderen führen, wie eben letzte Saison, wenn es soweit kommt. Und der Hauptpunkt, als Schlusspunkt hier für das gesamte Video, Hertha darf ein Rückschlag sein, oder was heißt darf, Hertha ist ein Rückschlag und soll das sein und darf das von mir aus auch sein, aber es darf kein Wendepunkt sein. So das als kluger Spruch, Hertha darf ein Rücksprung sein, kein Rückschlag sein, aber Hertha darf kein Wendepunkt sein. Das wäre das Problem und da habe ich die Hoffnung drin, dass es eben keiner ist. Bei unter Hoeneß läuft es eigentlich, die Fans sind auch immer noch vollkommen am Start, klar, die werden auch angepisst gewesen sein in Berlin, aber 100%, ich war auch so dermaßen angepisst letztes Jahr in Berlin, alles zu Recht, aber die Fans sind da, die Leistungen waren da, 1-0 in Nürnberg seit Hoeneß, der Sieg in Bochum war extrem wichtig, danach hatten wir das Dortmund-Spiel, das verrückte 3-3, wirklich ein absolut Wahnsinnsspiel, ein legendäres Spiel, komplett der Spirit da, Moral ist da, klar, wir kassieren Gegentore, ja, wie vorhin angesprochen, aber die Moral ist da, die Mannschaft ist da grundsätzlich, dann ist unschieden, da in Augsburg war auch in Ordnung, kann man mal mitnehmen, auch noch Moral gezeigt, einen Punkt erkämpft, dann auch im Pokal, dann eben knappes Spiel gehabt, jetzt gegen Frankfurt, davor noch Gladbach geschlagen, auch brutal wichtig gewesen, auch viele als Pflicht gesehen, wie wenn man gegen Gladbach spielt, gegen Frankfurt spielt, gerade in der Liga, ist irgendwie Pflicht, aber musst du trotzdem erstmal machen, siehe Bochum auch in Gladbach verloren, auch gegen Frankfurt, wie gesagt, ordentliche Leistung gewesen, in Berlin war es natürlich scheiße, war natürlich auch ein absoluter Rückschlag für uns, ein Schlag in die Fresse für uns alle und vieles vermissen lassen, aber war auch, es war nicht so, also fußballerisch am TV zumindest für mich, nicht so komplett scheiße, du hast halt einfach, einfach deinen 70% Ballbesitz, deine Überlegenheit nicht ummünzen können, du hast einfach das 2-2 nicht machen können, es wäre eine andere Stimmung hier drin, wenn es 2-2 ausgeht, ist auch ganz klar, aber es hat halt nicht funktioniert, trotzdem die Phase ist eigentlich gut, noch da nochmal, das nochmal hervorzuheben, wie dermaßen wichtig es war, dass wir diese Phase haben, stell dir vor, wir holen in Bochum doch nichts, wir gewinnen diesen Pflichtsieg gegen Gladbach nicht, dann wären wir jetzt nach so einer Hertha-Geschichte, nach so einem 2-1 bei der Hertha, ja komplett abgeschlagen, also die Hoffnung muss weiter leben, ich bin auch weiter zuversichtlich, grundsätzlich, auch wenn ich gerade leider ein bisschen das Gefühl habe, dass der Scheiß hier in der Relegation enden könnte, aber muss ja auch alles gar nichts heißen, letzte Saison dachte man auch, irgendwann wir steigen ab, dann dachte man, ja gut, wenigstens Relegation, dann dachte man, wow, auf einmal doch noch was drin, dann eben durchs Torverhältnis, dann doch drin geblieben, wir haben schon Dinge erlebt, wie gesagt, es darf ein Rückschlag sein, aber es darf kein Wendepunkt sein, ich glaube auch, dass es kein Wendepunkt ist, wir werden Vollgas geben, ich werde Vollgas geben, alle, die am Samstag im Stadion sind, werden Vollgas geben, in Mainz genau dasselbe, gegen Hoffenheim sowieso, je nachdem natürlich, wie es vor dem Spieltag aussieht, aber da wird auch eine absolute Wahnsinnstimmung sein, vor dem Hoffenheim-Spiel, hoffentlich spielt der Rest auch mit, die Gegner nicht die Punkte holen, wo sie sie vielleicht holen könnten, vielleicht auch mal nur einen Punkt holen gegen Frankfurt zum Beispiel, die Schalker, statt eben den Sieg, ich rede mich um den Kopf und Kragen, weil es will eigentlich schon seit zwei, drei Minuten zumachen, aber ja, das kommt so bei so einer Gesamtsituationsbewertung, so ein bisschen Lagebericht zum VfB, gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren dalassen, zu wirklichen Geschichten, die ich hier erzählt habe, zu wirklichen Punkten, die ich hier reingebracht habe, es bleibt wild, der Abstiegskampf ist krank, ich habe trotzdem noch Hoffnung, ich mahle mir auch trotzdem, es wird sich die Tage wieder hochbauschen, sagen wir mal Montag, das wird sich hochbauschen die nächsten Tage, boah, komm, geht doch was, dann geht doch was, dann mal gucken, was der Spieltag sagt, Freitag-Samstag die Spiele haben wir vor uns, gucken, was da der Spieltag sagt, ob wir uns da auch schon Hoffnung machen können für Sonntag, dann am Sonntag spätestens, bis wieder Vollgas, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 und bis zum nächsten Mal.